Wilhelmine von Hillern Die Geierwalli – Eine Geschichte aus den Tiroler Alpen Kapitel 11 Die Höchstbäuerin Wieder war ein Jahr vergangen, ein schweres Jahr für Walli, denn als der einsame Sommer in der Wildnis vorüber war und Strominger die Herde holen ließ, stieg Walli auf der anderen Seite des Ferner hinab in das Schnalsertal, wo sie ganz fremd war, und suchte sich da einen Dienst. Zu den Rufenern wollte sie nicht wieder zurück, da sie ihr Werben abweisen mußte. Es wurde ihr hier ebenso schwer, mit dem Geier ein Unterkommen zu finden, wie drüben im Ötztal, und sie verzichtete endlich auf jeden Lohn, nur damit Hansel mit aufgenommen wurde. Natürlich war ihr Los ein Trauriges. Sie wurde um dieser Narrheit, wie sie's nannten, Willen herumgestoßen und verächtlich behandelt von den Frauen und mußte sich oft mit Gewalt gegen die gemeine Zudringlichkeit der Männer wehren, die hier wie überall Gefallen an der schönen Dirne fanden. Dennoch ertrug sie das alles standhaft, denn sie war zu stolz, um unter einer Last zu ächzen und zu wehklagen, die sie freiwillig auf sich genommen hatte. Aber sie wurde hart und immer härter dabei, gerade das, wovor der gute Chorat sie gewarnt. Die Geister aller gemordeten Freuden ihres jungen Lebens gingen ihr um und schrien nach Rache. In dem kurzen Mai des Lebens sind drei verlorene Jahre viel. Andere junge Mädchen weinen und klagen um einen verlorenen Tanz. Wali trauerte nicht um all die versäumten Tänze, um all die tausenderlei Vergnügungen ihres Alters. Sie trauerte nur um die versäumte Liebe, und das Gemüt, das kein Sonnenstrahl des Glücks beschienen, wurde herb und hart wie die Frucht, die nur im Schatten gereift ist. So stieg sie wieder zur Frühjahrszeit auf den Ferner. Es war ein raues Frühjahr und ein stürmischer Sommer, wo Regen, Schnee und Hagel miteinander abwechselten, daß Walliskleider auf Tage lang nicht mehr trocken wurden und sie ganze Wochen hindurch in einem undurchdringlichen Chaos nasser Wolken atmete, in dem es nimmer Licht werden wollte, wie vor dem ersten Schöpfungstag. In Wallis Brust malte sich das große Chaos im Kleinen, Grau in Grau. Die ganze Welt war nur noch ein trüber, finsterer Traum, wie dies Nebel treiben um sie her, und der Gott kam nicht, der da sprach, es werde Licht. Eines Tages aber, nach endlosen Wochen der Finsternis, sprach er dennoch sein mächtiges Schöpfungswort, und der erste Lichtstrahl schoß wieder durch die Wolken und zerteilte sie, und allmählich schied sich aus dem Chaos eine schöne geordnete Welt aus, mit Bergen und Tälern, Feldern, Wäldern und Seen, und das alles lag plötzlich fertig vor Wallis da, und ihr war, als wäre auch sie erst neu zum Leben erweckt, wie einst die Stammmutter der Menschheit, daß sie sich dieser Welt erfreue, die Gott so schön geschaffen, daß er sie nicht mehr allein gönnte, sondern sich auch noch Wesen dazu schuf, sie mitzugenießen. Sollte es denn wirklich auf dieser schönen Welt kein Glück geben? Und warum hatte Gott sie, die arme Eva, da heraufgesetzt in die Einnöde, daß der, für den sie geboren war, sie nicht finden mochte. Oh, hinunter, hinunter, sie ist genug hier oben, schrie es plötzlich in ihr auf, und wild brach mit einem Male die Lust zu leben, zu lieben, zu genießen in ihr hervor, daß sie die Arme sehnsüchtig ausbreitete nach der sonnigen, lachenden Welt da unten. »Walli, da soll's gleich abkomme, gleich, der Vater ist gestorben!« Der Händenbub stand vor ihr. Walli starrte ihn wie träumend an. »Was ein Spuk ihres eigenen Herzens, daß da eben so aufrührerisch nach Glück geschrien!« Sie faßte den Buben bei den Schultern, als wollte sie fühlen, ob es etwas wirkliches, kein Trug sei.« Er wiederholte die Botschaft. »Das Üble an seinem Fuß ist immer schlimmer worden, der Brand ist dazukommen, und heut morgen war er tot. Jetzt bist du Herr auf dem Höchsthof, und der Klettermeier läßt dich grüßen.« So war's. So war's wahr, wirklich. Der Erlöser, der Friedens- und Freiheitsbringer stand leibhaftig vor ihr. Darum hatte Gott ihr die Welt so schön gezeigt, als wollte er ihr ihr vorhersagen, »Sieh, das ist jetzt dein. Komm herab und nimm, was ich dir beschert!« Und sie ging still nach ihrer Hütte und schloß sich ein. Dort kniete sie nieder, dankte und betete, betete seit langer Zeit zum ersten Mal wieder inbrünstig aus tiefster Seele, und heiße Tränen um den Vater, der nun dahin gegangen, ohne daß sie ihn je kindlich lieben gedurft und gekonnt, quollen aus den erlösten, versündeten Herzen hervor. Dann stieg sie nieder in die Heimat, die ihr nun endlich wieder Heimat war, wo ihr Fuß wieder auf eigenem Grund und Boden trat. Der Klettermeier stand vor dem Tore und schwenkte jauchzend die Mütze, als sie ankam. Die Magd, die vor zwei Jahren so grob gegen Walli gewesen, brachte ihr heulend und unterwürfig die Schlüssel, und unter der Zimmertür empfing sie Vinzenz. »Walli«, begann er, »du hast mich zwar schlecht behandelt, aber...« Walli unterbrach ihn ruhig, aber streng. »Vinzenz, ich hab da Unrecht tan, so mag mich Gott dafür strafen, wie's ihm g'fällt. Ich kann's nit bereuen und nit gut machen, und ich verlang au nit von dir, daß du mir's verzeihst. Jetzt kennst meine Meinung, und jetzt bitte, laß mich allein.« Und ohne ihn weiters eines Blickes zu würdigen, ging sie zur Leiche ihres Vaters hinein und schloß die Türe. Tränenlos stand sie da. Sie hatte weinen gekonnt um den verklärten Vater, der die irdische Hülle abgestreift hatte, aber vor der irdischen Hülle, die mit plumper Faust sie selbst in ihr Leben verpfuscht, die sie geschlagen und getreten hatte, vergoß sie keine Träne. Da war sie wie von Stein. Sie betete ruhig ein Vaterunser, sie kniete nicht dabei nieder. Wie sie von dem lebenden Vater gestanden, regungslos, in sich zusammengefasst, so stand sie auch vor dem Toten, nur jetzt ohne Groll, versöhnt durch den Tod. Dann ging sie in die Küche, um alles für den Imbiß zu rüsten, wenn's d's Nacht die Bauern zum Beten und zur Totenwacht kamen. Da gab es alle Hände voll zu tun, und als es Mitternacht war, füllte sich die Stube so mit Betern, daß Walli kaum genug zu essen und zu trinken herbeischaffen konnte. Denn je reicher dein Bauer ist, desto mehr Nachbarn finden sich zum Wachen ein. Walli sah das alles mit stillem Widerwillen mit an. Da lag ein toter Mann, und sie aßen und tranken wie die Fliegen dabei. Das dumpfe Summen und Treiben um sie her war ihr so ungewohnt auf die erhabene Stille ihrer Berge, und kam ihr so klein und elend vor, daß sie sich unwillkürlich wieder hinwegwünschte auf ihre Höhen. Stumm und kalt schritt sie zwischen den heulenden, ästenden und trinkenden Leuten hindurch, und man fand sie sehr ihrem toten Vater recht ähnlich. Am dritten Tage war das Begräbnis. Von allen Ortschaften nah und fern kamen die Leute herbei, teils um dem gefürchteten und angesehenen Höchstbauern die letzte Ehre zu erweisen, teils um sich bei der bösen Geierwalli, die nun doch Herrin der großen Strominger schon Besitzungen geworden, wohl dran zu machen. Denn war sie auch bisher eine Mordbrennerin und ein Tunitgut gewesen, jetzt war sie die reichste Bäuerin im Gebirg. Und das änderte alles. Walli fühlte diesen Umschlag wohl und wußte auch, woher er kam. Als nach dem Begräbnis dieselben Leute, die sie vor einem Jahr, da sie hungern und frierend um einen Dienst bat, mit Schimpf und Schande vor die Tür gewiesen, jetzt mit krummen Buckel und Grinsen vor ihr standen, da wandte sie sich mit Ekel ab, und von der Stunde an verachtete sie die Menschen. Auch der Kurat von Heiligkreuz in die Rufen erwachen gekommen. Jetzt war der Augenblick da, wo sie ihnen wenigstens äußerlich vergelten konnte, was ihr Gutes getan, da sie arm und verlassen gewesen, und sie tat ihnen vor allem anderen Ehre an, und hielt sich allein mit ihnen. Als der Leichenschmaus vorüber war und die Leute sich endlich zerstreut hatten, da blieb der Kurat von Heiligkreuz noch ein wenig bei ihr und sprach manch gutes Wort. »Du bist jetzt deine Herrin über vieles gesinnt«, sagte er, »aber bedenke, daß wer sich selbst nicht zu beherrschen weiß, auch niemand anderen beherrschen wird. Es ist ein uralt Wort, wer nicht gehorchen kann, der kann nicht befehlen. Lerne gehorchen, mein Kind, damit du befehlen kannst.« »Aber hochwürdig gnaden! Wem soll ich denn gehorchen? Es ist ja niemand mehr da, der mir was sagen hätt!« »Gott!« Walli schwieg. »Da«, sagte der Kurat und zog etwas aus der Tasche seines weiten Rockes. »Schau! Das habe ich schon lang für dich bestimmt, seit du damals bei mir warst. Aber auf deinen Wanderungen hättest du es doch nicht mit dir nehmen können.« Er nahm aus der Schachtel ein sauber geschnitztes Heiligenfigürchen mit einem Postamentchen von Holz. »Schau! Das ist deine Schutzpatronin, die heilige Walburga. Weißt du noch, was ich dir sagte vom harten und weichen Holz und vom lieben Gott, der aus einem knorrigen Stock eine Heilige schnitzen kann?« »Ja, ja«, sagte Walli. »Nun, siehst du, damit du's nicht vergissest, hab ich dir von selten so ein Figürchen kommen lassen. Das hänge über deinem Bette auf und bete fleißig davor. Das wird dir gut tun.« »Ih Dankschön, hochwürdig«, sagte Walli sichtlich erfreut, und nahm das zerbrechliche Dingelchen behutsam in die harten Hände. »Ih wilt, wie ich's immer dran denken, wenn ich's anschaue, was ihr's ihm für eine sinnvolle Auslegung geben habt's. Also so hat die Walburga ausgeschaut. O, das muss gar a liebs, schön's Mensch gewesen sein. Ja, wer so fromm und brav wär wie die.« Und als der Klettermeier über den Hof auf sie zukam, hielt sie ihm das Figürchen entgegen und rief. »Schau, Klettermeier, was ich gekriegt hab. Die heilige Walburga, mei Schutzpatronin. Dafür schicken wir aber Herrn Kurat das erste schöne Lamperl, das wir aufziehen zum Geschenk.« Der gute Pfarrer legte zwar lebhafte Verwahrung ein gegen diese Art von Gegengabe, aber Walli ließ es sich in ihrer Freude nicht nehmen. Als der Kurat fort war, ging Walli in ihre Kammer und nagelte die Schnitzerei zu den heiligen Bildern über ihrem Bette auf und rings darum her, wie einen Kranz, die Kartenblättchen der alten Lukert. Dann ging sie, zu sehen, was es in Haus und Hof etwa zu tun gäbe. »Ansel«, rief sie im Vorbeigehen dem Geier zu, der auf dem Holzschuppen saß, »jetzt sind wir da, Meister!« Und das Gefühl der Herrschaft durchdrang sie nach der langen Knechtung wie berauschender Wein, in durstigen Zügen gedrungen dem Verschmachtenden die Adern schwellt. Auf dem Hofe hatte sich das durch Vincenz gedungene Gesind versammelt, und Vincenz selbst war mitten darunter. Er war hager und gelblich blaß geworden, und am Hinterkopf hatte er in dem dichten schwarzen Haar eine kahle Stelle wie eine Tonsur. Die funkelnden Augen lagen tief in ihren Höhlen, wie Wolfsaugen, die aus einem Felsspalt heraus auf Beute lauern. »Was gibt's?«, fragte Walli und blieb stehen. Die einst so grobe Oberdürn näherte sich ihr in scheuer Unterwürfigkeit. »Wir haben dich nur fragen wollen, ob du uns jetzt fortschickst, weil wir so böse gegen dich waren, wie der Strominger noch gelebt hat. Weißt, wir haben halt tun müssen, wie er's gewollt hat.« »Öß habt euer Schuldigkeit getan«, sagte Walli ruhig. »Ih schick keinen fort, die vor Ihnen g'funden hab, daß er unehrlich oder im Dienst schlecht ist, und wenn Öß kein so krummen Buckel vor mir machtet, tättet's mir besser gefallen. Geht's an euer Arbeit, daß ich sieh' ich, was euch schafft. Des ist g'cheiter als die Faxen.« Die Leute entfernten sich. Vinzenz blieb stehen, und seine Augen hafteten glühend an Walli. Sie drehte sich nach ihm um und streckte die Hand gegen ihn aus. »Nur einen verbanne ich von meinem Grund und Boden.« »Ich, Vinzenz«, sagte sie. »Walli«, schrie Vinzenz auf, »das, das für alles, was ich für deinen Vater getan hab. Was du meinem Vater als Verwalter geholfen hast, solange er lahm war, soll's dir selbst kriegen. Ich schenk dir die Matten, die an deinen Hof stoßen und dein Gut rund machen. Ich denk, damit ist dein Mühen Zeit bezahlt, und wann's nit ist, so sag's, ich will dir nix schuldig bleiben. Verlang, was du magst, aber geh' mir aus den Augen.« »Ich will nix, ich mag nix als dich, Walli, ohne dich ist mir alles eins.« »Du hast mich beinahe umgebracht, du hast mich gemisshandelt, so oft mich g'sehen hast, und der Teifel soll's holen, ich kann nit von dir lassen.« »Schau, für dich, Daddy, alles. Für dich könnt' ich in Mord begehen, für dich verkauf' ich in meiner Seelen Seligkeit, und du willst mich mit'n paar Matten abspeisen?« »Meinst du, wirst mich los?« »Biet mir alles, was hast, dein ganzes Eigentum und das ganze Ötztal dazu, ich spuck da drauf, wenn man dich nit gibst.« »Schau mich an, mir zerrt's Mark raus. Ich weiß nit, was des is, aber für'n einziger Kuss von dir schenke ich dir all mein Hab'n Gut, und ich will mein Lebtag hungern. Jetzt schick mir der Rechenmeister und lass' mich noch einmal vorrechnen, mit wieviel Batzen und Graseln du mich abfinden willst.« Und mit einem Blick wilden, bittersten Hohnes ließ er die erstaunte Walli stehen und verließ den Hof. Ihr graute vor ihm. So hatte sie ihn nie gesehen. Sie hatte einen Blick in der Tiefe einer unberechenbaren Leidenschaft getan, und sie schwankte zwischen Abscheu und Mitleid. »Was hab' ihr denn an mir?« dachte Walli, »daß die Burmen alle so närrisch mit mir sind.« »Ach, und nur der eine kam nicht, der einzige, den sie haben wollte«, verschmähte sie. »Und wie, wenn er sich am Ende gar verheiratete unter der Zeit?« Der Atem stockte ihr bei dem Gedanken. Sie dachte wieder an jene Fremde, die er damals mit über das Hochjoch gebracht. Doch nein, das war ja eine Magd. Aber es mußte bald etwas geschehen. Sie war jetzt reich und angesehen, sie durfte ihm jetzt schon eher einen Schritt entgegentun. Dennoch sträubte sich ihr jungfräulicher Stolz gegen den Gedanken, und zuwarten, immer zuwarten, war alles, was ihr übrig blieb. Ruhelos trieb sie es in Haus und Feld um. Woche um Woche verstrich, und sie konnte sich nicht eingewöhnen. Es zeigte sich bald, daß sie für das Dorfleben verdorben war. Sie war und blieb ein Kind Murzholz, die wilde Walli. Sie verhöhnte unbarmherzig, was ihr kleinlich und albern erschien. Sie band sich an keine Tagesordnung, an keinen Brauch, kein Herkommen. Sie scheute niemanden. Was Furcht sei, das hatte sie verlernt, troben auf dem Ferne. Die eiserne Stirn, die sie dort oben den Schrecken der Elemente geboten, trug sie auch dem kleinen Leben hier unten entgegen. Gewaltig an Leib und Seele stand sie da mitten unter den Dörflern, wie eine Gestalt aus einer anderen Welt. Ein Fremdling geworden in dem bäuerlichen Treiben, wie alles Fremdartige feindselig angestaunt von den Bauern, die es aber doch nicht wagten, der großen Höchstbauerin zu nahe zu treten. Aber das Mädchen fühlte die Feindseligkeit wohl heraus und auch die Feigheit, die sie hinterrücks anfeindete und ihr ins Gesicht freundlich tat. »Ihr habt noch niemanden nix zu fragen«, wurde ihr trotziger Wahlspruch, und so tat sie, wozu das wilde Herz sie trieb. War es ihr drum, so arbeitete sie tagelang wie ein Knecht, um das lässige Gesinde anzufeuern, kam einer mit etwas nicht zu Streich, so riß sie es ihm ungeduldig aus der Hand und machte es selbst. Dann träumte sie tagelang melancholisch hin, oder sie streifte in den Bergen umher, daß die Leute meinten, es sei nicht recht geheuer mit ihr. Währenddessen taten die Knechte und Mägde, was sie wollten, und die Bauern raumten sich schon schadenfroh zu, sie werde auf diese Art das ganze Anwesen zugrunde gehen lassen. Und während sie so gegen Brauch und Ordnung verstieß, war sie auf der anderen Seite streng bis zur Härte in Dingen, mit denen es die Bauern gar nicht so genau nahmen. Erwischte sie einen Knecht auf Unehrlichkeit oder falschem Spiel, so zeigte sie ihn beim Landgericht in Imst an. Misshandelte einer ein Tier, so packte sie ihn, außer sich vor Wut, am Kragen und schüttelte ihn. Kam einer abends betrunken nach Hause, so ließ sie ihn zu Schimpf und Schande vor die Tür sperren und die Nacht draußen zu bringen, es mochte regnen oder schneien. Erwischte sie eine Dirn auf Liederlichkeit, so jagte sie sie noch in derselben Stunde aus dem Haus. Denn ihr Sinn war rein und keusch geblieben wie der Gletscher, auf dem sie so lange einsam gehaust. All das Geliebel und Geflüster und einander Nachschleichen und Fenstern um sie herum erfüllte sie mit Abscheu. Das alles brachte sie in den Ruf schonungsloser Härte und machte sie so gefürchtet, wie es einst ihr Vater war. Trotzdem war es, als habe gerade sie es den Buben angetan. Nicht nur ihren Reichtum. Nein, sie, sie selbst in ihrer ganzen Seltsamkeit begehrten die Burschen. Wenn sie so vor ihnen stand, so groß, als stünde sie auf einer Erhöhung, so schlank und doch so fest und stolz gebaut, daß die hochgewölbte Brust fast das knappe Mieder sprengte, wenn sie den nervigen Arm, so nervig wie der Arm eines Jünglings, drohend gegen sie aufhob und ein Blitz des Spottes herausfordernd aus den mächtigen schwarzen Augen flammte, da ergriff die Burschen eine Liebes- und Kampfeswut, daß sie auf Leben und Tod mit ihr rangen, um einen einzigen Kuss zu erlangen. Dann aber weh ihn! Denn sie waren nicht stark genug, dieses Weib zu zwingen, mit Spott und Schande zogen sie ab, und der mußte erst kommen, der es mit ihr aufnehmen konnte. Ob er je kam? Genug! Sie wartete auf ihn. Wer mir nachsagen kann, daß ich mir Burs geben hab, den heirat ich, wer aber nicht einmal so stark ist, daß er mir's Buseln mit Wald abnimmt, für den ist die Höchstbäuerin nicht gewachsen, sagte sie eines Tages im Übermut, und bald war das Wort in der ganzen Gegend herum, und die Burschen von nah und fern zogen ihr bei, ihr Glück zu versuchen und sie beim Wort zu nehmen. Es wurde förmlich zur Ehrensache, um die wilde Walli zu werben, wie jedes Wagestück eine Ehrensache für den wehrhaften Mann ist. Bald war kein heiratsfähiger Sohn im ganzen Ötz und Gurgler und Schnalsertal, der nicht versucht hätte, Walli zu erobern und ihr den Kuss abzuringen, den noch keiner gewonnen. Und sie freute sich des wilden Spiels und ihrer gewaltigen Kraft, sie wußte, daß von ihr gesprochen wurde weit und breit, und daß der Josef immer von ihr hören würde, und sie meinte, nun müsse er es doch endlich der Mühe wert finden, zu kommen und den Preis davon zu tragen, und wär's auch nur, um seine Macht zu abhoben. Wenn er nur da war, dachte sie, warum sollte er sie nicht liebgewinnen wie alle anderen, wenn sie noch dazu recht gut und Gschmach mit ihm war? Aber er kam nicht. Stattdessen kam eines Tages der Söldner Brot hinüber in den Hirsch, der dicht an den strommengerischen Gemüsegarten stieß. Walli, die eben darin jätete, hörte Josefs Namen nennen und horchte hinter dem Zaun auf das Boot in Erzählung. Der Josef Hagenbacher Kehre, seit seine Mutter gestorben sei, öfters im Lamm ins Wieselstein ein, berichtete der Bote, und man munkle etwas von einer Liebschaft mit der hübschen Afra, der Schenkdirn im Lamm. Gestern sei er dann auch wieder dort gewesen und habe mit der Afra allein im Wirtstisch gesessen, während die Wirtin in der Küche war. Da sei plötzlich der Stier ausgebrochen und wie eine Winzbraut durchs Dorf gerast. Es habe sich ihm eine Hornis ins Ohr gesetzt gehabt. Alles flüchtet in die Häuser und schließt die Türen, auch der Lammwirt will eben zumachen, da sieht er, daß sein Jüngstes, ein fünfjähriges Dirndl, auf der Gasse liegt. Es kann nicht auf, denn die Kinder haben Post gespielt, und das Kleine war an einem schweren Schubkarren angespannt, als der Schreckenschrei vor dem Tier her ertönt. Die anderen Kinder laufen fort, aber das Lieserl kann nicht mit dem schweren Karren so schnell vom Fleck. Es fällt und verwickelt sich in die Stricke, so liegt's mitten auf dem Weg, und das Untier schnaubt mit gesenkten Hörnern heran. Da ist keine Zeit mehr, das Kind loszumachen oder mitsamt dem Karren wegzuschleppen. Der Stier ist da. Der Lammwirt und die Afra schreien, daß man's durchs ganze Dorf hört, aber da, da ist auch schon der Josef und stößt der Bestie eine Heugabel in die Seite. Der Stier brüllt auf und wirft sich auf den Josef. Jetzt schreit alles zu den Fenstern hinaus um Hilfe, aber keiner hilft ihm. Josef packt den Stier bei den Hörnern und drängt ihn mit Riesenkraft zwei Schritte zurück. Der Stier ringt mit ihm, indessen hat der Lammwirt Zeit gehabt, das Kind zu holen, aber nun handelt sich's um den Josef, den alle im Stich lassen. Die Afra ringt die Hände und schreit um Hilfe. Der Stier drückt den Josef mit den Hörnern zu Boden und will ihn zermalmen, ab der stößt ihn von unten das Messer in den Hals, das das Blut über ihn wegspritzt. Jetzt bäumt sich das Tier auf und hebt ihn mit auf. Der Stier rast eine Strecke mit ihm fort, ihn halb in der Luft, halb auf der Erde mitschleifend. Josef läßt nicht los, er will ihn wieder zum Stehen bringen. Der Stier blutet aus fünf Wunden, er wird allmählich schwächer. Josef faßt ein paarmal Fuß, aber immer gewinnt der Stier wieder die Übermacht und reißt ihn in verzweifelten Sätzen mit sich fort. Jetzt haben sich auch die Bauern ermannt, Josef zu helfen, und kommen nach, der Lammwirt voran mit Heugabeln und Äxten. Aber wie der Stier den Lärm hinter sich hört, senkt er die Hörner wieder und wirft sich mit Josef gegen ein geschlossenes Scheunentor, das man meint, Josef müsse zerquetscht sein. Das Tor weicht und springt auf unter dem Stoß, der Stier stürzt in die Scheune und fühlt sich in der Todesangst zwischen Leitern, Wagen und Pflügen ein, daß alles übereinander fällt. Aber Josef hat sich an dem Gebäck darüber weg in die Höhe geschwungen und schlägt die Tür zu, damit das wütende Tier nicht noch einmal hinauskommt. Man hört ihn von innen die Tür verrammeln. Er ist mit dem Untier eingeschlossen in dem engen Raum, und die draußen stehen da und können nicht helfen. Da ist ein Stampfen und Stürzen, ein Stöhnen und Brüllen da drin, daß es den Leuten graust beim Anhören. Endlich wird's still. Nach einer bangen Weile wird die Tür aufgemacht, und der Josef kommt taumelnd heraus, ganz in Blut und Schweiß gebadet. Sie glauben, der Stier sei tot, aber der Josef meint, es sei doch schad um das schöne Tier, die Wunden könnten wieder heilen. Sie gingen nicht ins Leben. In der Scheuer sieht es wüst aus. Alles durcheinander, zertreten und zertrümmert, aber der Stier liegt an allen Vieren geschnürt und gefesselt am Boden. Er liegt regungslos auf der Seite und schnauft und lächzt wie ein Kalb auf dem Metzgerwagen. Der Josef hatte das Tier lebend gebändigt und dazu noch ganz allein. Das machte ihm keiner nach. Als sie mit Josef ins Lamm zurückkamen, da fiel ihm die Afra vor allen Leuten heulend und schreiend um den Hals, und die Lammwirtin brachte ihm das Lieserl auf den Arm, und sie wollten ihn traktieren mit dem Besten, was das Haus vermag, aber dem Josef war's nicht mehr um's lustig machen. Er trank einen Schoppen für den ärgsten Durst und ging heim. Das ganze Dorf war voll von dem Josef, und es war eine große Sauferei, ihm zu ehren bis in die Nacht hinein. So erzählte der Söldner Brot, und es war wieder ein Lobens und Aufhebens von dem Josef Hagenbacher, und die Leute wunderten sich, daß er nie nach hier komme. »Die Höchstbäuerin habe doch so viele Freier, nur der Josef scheine nichts von ihr wissen zu wollen.« Walli verließ den Zaun, die Worte trieben ihr die Schamröte in die Stirn, also sogar die Leute sprachen schon davon, daß der Josef sie verschmähte, und der Afra ging er nach. Das war dieselbe, die ihr voriges Jahr mit über den Ferner gebracht, um die er schon damals so besorgt war. Sie setzte sich auf einen Stein nieder und verhüllte das Gesicht mit beiden Händen. Ein Sturm tobte in ihrem Inneren. Liebe, Bewunderung, Eifersucht! Ihr Herz war wie zerrissen! Sie liebte ihn, liebte ihn wie noch nie, als habe der rasche Atemzug, mit dem sie die Erzählung seiner Tat begleitet, den klimmenden, brandzuhellen Loh angefacht. Das, das hatte er wieder vollbracht. Aber sie hatte keinen Teil daran, für den Brotherrn, der Afra, hatte er es vollbracht, der Afra zuliebe. War es denn möglich? Mußte sie einer Magd weichen, sie, die Höchstbäuerin? War sie nicht die reichste und, wie ihr alle Buben sagten, die schönste Dirn im Land? War eine weit und breit, die es mit ihr an Kraft und Rüstigkeit aufnehmen konnte? War sie nicht die Einzige seinesgleichen, und sie sollten nicht zusammenkommen? Es gab nur den einen Josef auf der Welt, und er sollte nicht ihr gehören. An die Afra, an eines so armselig hergelaufene Dirns sollte er sich wegwerfen? Nein, das konnte nicht sein, das war unmöglich. Warum sollte er nicht auch einmal im Lamm einkehren, ohne dass es um der Afra willen sein mußte? Er streifte ja so viel auf der Jagd herum, und das Lamm liegt gerade am Zwieselstein, wo alle Wege sich kreuzen. O Josef, Josef, komm, stöhnte sie laut und warf sich mit dem Gesicht zur Erde, als wolle sie die Glut in den tauigen Krautblättern kühlen. Dann fiel ihr wieder ein, daß der Boot gesagt hatte, die Afra sei Josef um den Hals gefallen nach seiner Verkehr. Es schüttelte sie bei dem Gedanken. Und da kam es ihr plötzlich in den Sinn, wie das wäre, wenn sie sein Weib wäre, und ihn, wenn er müde, zerschunden und blutend von solch einer Tat nach Hause käme, in ihren Armen empfangen und erquicken durfte, mit jeder Labung. Wie sie ihm die heiße Stirn waschen und die Wunden verbinden, und ihn an ihrem Herzen ausruhen lassen wollte, bis er einschläfe und ihren Liebkosungen. Noch nie hatte sie so etwas gedacht, aber wie ihr das alles jetzt so einfiel, da erbebte sie unter einem nie gekannten Gefühl, wie die aufgebrochene Blume erzittert, wenn sie die Knospenhülle sprengt. In diesem Augenblick war sie zum Weibe gereift, aber wild und ungestüm, wie alles in ihr war, so regte das, was sie zum Weibe machte, alle verborgen, schlummernden, feindlichen Kräfte in ihr zum Kampf gegen sich auf, und es erhob sich ein furchtbarer Aufruhr in ihrem Inneren. Der Abendwind strich kalt über sie hin. Sie fühlte es nicht, es wurde Nacht, und die ewig ruhenden Sterne schauten mit verwunderten Blicken auf die zuckende Gestalt herab, die da im Nachthau auf dem Boden lag und sich das Haar zerwühlte. »Die Bäuerin ist seit Nacht wieder mal nits Haus geweest«, raunte am andern Morgen die Oberdirn dem übrigen Gesinde zu, »es treibt ihn nur in der Nacht«, und sie steckten alle die Köpfe zusammen und flüsterten untereinander. Aber wie die Spreu im Winde stoben sie auseinander, denn Walli kam vom Gemüsegarten her auf den Hof zu. Sie war blass und sah stolz und herrisch drein wie noch nie, und so blieb es auch. Von dem Tag an war sie wie verwandelt, ungerecht, launenhaft, reizbar, daß keiner sich mehr mit ihr zu reden traute, als der Klettenmeier, der noch immer mehr bei ihr galt als die andern. Und dabei schlug ihr die Hoffahrt überall zum Dach hinaus, denn ihr drittes Wort war »die Höchstbeuerin«. Für die Höchstbeuerin war nichts gut genug, die Höchstbeuerin brauchte sich das und jenes nicht gefallen zu lassen, die Höchstbeuerin durfte sich erlauben, was kein anderer durfte, und dergleichen Ärgernis mehr. Es war, als räche sie sich dafür, daß der Josef ihr solch eine hergelaufene Dirn vorzog, indem sie sich so recht als die große vornehme Bäuerin zeigte. Wenn er sie so sah in ihrer großen Pracht und Herrlichkeit, mußte ihm dann nicht die Afra recht armselig und gering dagegen vorkommen? Alle Tage zog sie sich an, als wär's Sonntag, und ließ sich neue Kleider machen, ja sogar ein ganz silbernes Geschnürl, wie sie von Imst kommt, mit allerlei Gehängen filigranarbeit, so schwer und kostbar, wie noch keins im Ötztal gesehen worden. Und zu der frohen Leichnamsprozession in Sölden legte sie die Trauer um den Vater ab und strotzte so von Silber und Samt und Seide, daß die Leute gar nicht beten konnten, sondern sie immer anschauen mußten. Es war das erste Mal, daß sie eine Prozession mitmachte, denn was sie eigentlich für eine Christin sei, wußte überhaupt kein Mensch, und es war klar, daß sie nur mitging, um ihre neuen Kleider und ihr Geschnür zu zeigen, weil da die meisten Leute von den Ortschaften hinauf und hinunter zusammenkamen. Das rauschte und klingelte, wenn sie niederkniete, vor lauter Steifigkeit und Falten und silbernem Gebimmel, und prahlte, »Seht, das kann nur die Höchstbäuerin!« Da, als das letzte Evangelium gelesen wurde, kam eine kleine Unordnung in den Zug, und es traf sich, daß Leute, die hinter ihr gewesen, nun vor ihr gingen. Es war die Lammwirtin vom Zwieselstein und neben ihr die hübsche, schlanke Afra. Sie sah sich nach Walli um und nickte ihr zu. Dann blickte sie nach Josef, der weiter hinten bei den Manzen ging. So schien es wenigstens Walli. Die Afra sah lieblich aus in dem Augenblick, daß Walli vor Eifersucht ganz vergaß, ihren Gruß zu erwidern. Jetzt hörte sie, wie die Afra zu ihrer Nachbarin sagt, »Schaut's, Lammwirtin, die da hinter uns, daß ist die Geier Walli, die den Josef von ihrem Geier so verhacken hat lassen. Jetzt nimmt die mir niedermale Zeit ab, und ich hab doch so viel Vaterunser für sie betet.« »Die Mühe hätt's dir sparen können,« fiel jetzt Walli in das Gespräch ein. »Für mich braucht niemand's beten. Das kann ich schon selber.« »Aber mir scheint, du tust's nicht,« gab Afra zurück. »Ich hab's auch nicht nötig, so wie andere Leute. Ich hab meine Sachen brauchen, lieben Gott, nicht um so viel's bitten, wie er am am Markt, um jedes Schurchbändel, das sie braucht, der Vaterunser bitten muß.« Jetzt stieg auch der Afra die Zornesrütte ins Gesicht. »Ach, ein Schurchbändel, um den man betet hat, kann einem mehr Glück bringen, als ein silberes Geschnür, das man gottlos tragt.« »Ja, ja,« mischte sich die Lammwirtin ins Gespräch, »da hat die Afra ganz recht. »Sticht euch mal silberen Geschnür in die Augen, so geht's hinter mir, nachher braucht's ihr's nicht zu sehen. Schickt sich eh nicht, daß die Höchstbäuerin hinter einer Magd herlauft.« »Es könnte gar nicht schaden, wenn du in der Afra ihre Fußstapfen treten tätst, daß du's nur weißt,« warf die Lammwirtin zurück. »Schamt's euch, Lammwirtin, daß ihr euch so gemein macht mit eurer Magd,« rief Walli mit blitzenden Augen. »Wer nicht auf sich halt, auf den halten die anderen auch nix.« »Oh, oh, a Magd ist doch au nur a Mensch,« sagte Afra, am ganzen Leibe zitternd, »daß seid ne Rockwirtz voll vom lieben Gott mit ausmachen, der sich doch was drunter is, a Guds oder a Schlechtsherz.« »Ja, freilich,« rief die Walli mit ausbrechendem Haß, »so a Gudsherz wie du kann jeder haben, bsonders für die Burben, pfui Deivel.« »Walli,« schrie Afra auf, und Tränen stürzten ihr aus den Augen, aber sie mußte schweigen, denn in dem Augenblick war die Kirche wieder erreicht, der letzte Segen wurde erteilt, und der Zug löste sich auf. Da schoß Walli an der Afra vorbei, wie eine Königin, daß die sich an der Lammwirtin halten mußte. Sie hätte sie fast umgerannt, und alle sahen ihr nach. Die Manzen meinten, ein schöneres Mensch gäb's in Tirol nicht, aber die Weibsen vergingen vor Neid. »Die schaut jetzt anders aus, als droben aufm Hochjoch, wo sie innere Hundehütten kaust hat. Nid kampelt und nit zöpft, wie er wille,« sagte der Josef, der zu weit davonstand, um etwas zu verstehen, und sah mit großen Augen nach. Da winkte er der Afra, der es zu, und trat aus dem Zug aus. Er mußte noch vor Mittag mit einem Fremden fort und ging heim, sich zu rüsten. Die Afra beilte Walli nach. Ihre hübschen blauen Augen sprühten unter Tränen, wie wenn man Wasser ins Feuer schüttet, sie war ganz außer sich und die Lammwirtin mit ihr. Sie erreichten Walli im Wirtshaus. Auch Walli war in der furchtbarsten Aufregung. Sie hatte den liebevollen, vertraulichen Gruß gesehen, den Josef der Afra zugenickt, und ihr, ihr hatte er, wie sie glaubte, keinen Blick gegönnt. Und jetzt war er fort, und alle ihre Hoffnungen, die sie auf den heutigen Tag gesetzt, betrogen. Diese Afra! Auf sie hatte sich ihr ganzer Zorn geworfen. Sie hätte sie zertreten mögen. Und nun stand die Afra vor ihr und hemmte ihren Schritt und redete sie zornig herausrotternd an. Sie, die niedere Dirn! »Höchstbäuerin!« stieß Afra atemlos hervor. »Du hast da was g'sagt, des kann ich net auf mir sitzen lassen, denn des geht mir an die Ehr. Was soll des heißen, von den guten Herzen für die Buben? Des will ich wissen, was da dahinter steckt. Willst du mit der Höchstbäuerin anbinden?« rief Walli laut, und ihr funkelnder Blick traf das Mädchen so recht von oben herunter. »Meinst du, lass mir mit so einer auf den Streit ein, wie du bist?« »Mit so einer?« schrie das Mädchen. »Was für eine bin i denn? I bin ne armes Madl und hab niemand gehabt, der für mich g'sorgt hat, aber i hab doch niemand nix zleit daun und niemand kei Haus anzünd. I brauch ma von dir nix g'fallen zu lassen, weißt?« Walli beimte sich auf, wie von einer Schlange gestochen. »Er Dirn bist, ee schamlose Dirn, die sich die Buben vor alle Leute an den Hals wirft«, schrie sie, und alles vergessend, daß die Leute sich um sie versammelten. »Was? Wem hätt i mit denn an den Hals geworfen?« stammelte das Mädchen ableichend. »Soll i dir's sagen? Soll i?« »Ja, sag's nur, i hab mei kurz g'wissen, und die Lammwirtin kann bezeugen, daß nit wahr is.« »So? Sie ist nit wahr, daß du dich dem Josef vor zwei Jahr, wo du ihn kaum gekennt hast, an der Hals gekennt hast, daß er dich hat übers Hochjoch mitschleppen und dich der halben Weg hat tragen g'müßt, weil du dich g'stellt hast, als künstnit weiter? Ist nit wahr, daß seitdem der Josef nimmer loslaßt, daß er schon gar ins G'schreie mit dir kommen is? Ist nit wahr, daß dem Josef andere Dirndln willst wegnehmen, die a bessers Recht auf ihn hätten, und bessere Frauen für ihn wären, als so a herglaufende Magd? Ist nit wahr, daß du neulich bei der G'schicht mit dem Stier dem Josef vorm ganzen Dorf um'n Hals g'fallen bist, als wär'st sei verlobte Braut? Ist's etwa nit wahr?« Afra schlug die Hände vors Gesicht und weinte laut auf. »O Josef, Josef, daß ich mir des g'fallen lassen muß!« »Sei ruhig, Afra«, tröstete sie die gutmütige Lammwirtin. »Sie hat sich selber verraten, des ist nur die Wut, daß der Josef hier nit nachlauft und sich nit bei Irrtfinger verbrennen will, wie alle andern Mannsleut. Oh, wär nur der Josef da, der däts ja anders sagen.« »Ja, des glaub ich schon, daß der sein lieber Schatz nit im Stich ließ.« Und Walli lachte auf, so schneidend, so furchtbar grell, daß es von den Bergen wiederhalte wie Wehgeschrei. »Soer Schatz, den man sich gleich an den Hals wirft, ist freiliebequemer als einer, den man sich erst erobern muß, und bei dem es einem passieren könnt, daß man mit Schand und Spott abziehen müßt. Mit so einer bind sogar die stolzen Bären Josef lieber an, als mit der Geierwalli.« Jetzt trat der Lammwirt heran. »Hörst du«, sagte er, »jetzt ist's knurk. Das Mädel ist ein braves Mädel, meine Frau und ich, wir stehen für sie ein, und wir lassen ihr nix geschehen. Du nimmst zurück, was du da gesagt hast. Ich befehl's dir, verstehst mich?« Wieder lachte Walli auf. »Lammwirt, hast du in deinem Leben gehört, daß der Geier sich vom Lamm kommadieren läßt?« Und es lachte über das Wortspiel, denn der Lammwirt war sprichwörtlich ein Lamperl, weil der ein schwacher, gutmütiger Mann war, der sich alles gefallen ließ. »Ja, du verdienst deinen Namen, du Geierwalli, du!« »Platz da«, rief jetzt Walli, »i hab's knurk, mit euch das leere Strohz dreschen. Lass mich nein!« Und sie wollte Afra unter der Tür zur Seite schieben. Aber die Lammwirtin hielt Afra am Arm. »Nein, du brauchst dir keinen Platz machen. Geh du nur voran, du bist nit schlechter wie die.« Und sie wollte sich mit Afra vor Walli zur Tür hineindrängen. Da faßte Walli das Mädchen beim Mieder, hob es auf und warf es vor die Tür, den nächststehenden, in die Arme. »Zuerst kommt die Bäuerinnen, nachher die Mägt!« Dann trat sie allen voran ins Zimmer und setzte sich zuoberst an den Tisch. Alles wierte und klatschte in die Hände vor Vergnügen über den prächtigen Spaß. Die Afra weinte und schämte sich so, daß sie nicht mehr hinein wollte, und Lammwirts gingen mit ihr nach Hause. »Wat nur, Afra! Ich schicke den Josef, der soll ihr dafür tun!« tröstete sie die Lammwirtin auf dem Heimweg. Aber Afra schüttelte den Kopf und meinte, das könne ihr alles nichts helfen. »Beschimpft sei und bleibe sie doch!« »Ja, aber warum hast du dich auch mit der bösen Strommigerin anbunden? Der geht ja jeder aus dem Weg, wann er kann!« »Schalt gutmütig, der Lammwirt!« Indessen saß Walli drinnen und schaute durch das Fenster zu, wie die Afra mit Lammwirts fortging. Das Herz schlug ihr so, daß das silberne Behangen an ihrem Busen leise klirrte. Walli wurde aufgefordert zu essen, die Nudelsuppe werde kalt. Aber sie fand die Suppe schlecht und die Hammelrippen so zäh wie Leder, warf einen Gulden auf den Tisch, ließ sich nicht herausgeben und rauschte an den erstaunten Bauern vorüber, zur Tür hinaus. Wie vor fünf Jahren nach der Förmelung riß sie sich, als sie heimkam, in ihrer Kammer die schönen Kleider vom Leibe und warf sie in die Truhe. Das silberne Geschnür mit der filigranen Arbeit zertrat sie zu einem Klumpen. Was hatte ihr der Staat geholfen? Dem hatte sie ja doch nicht darin gefallen, dem sie gefallen wollte. Dann warf sie sich wie damals auf ihr Bett und haderte mit allen Heiligen. Ein schneidendes Weh wühlte wie mit Messern in ihrem Innern. Da fiel ihr Auge auf die geschnitzte Walburga über ihr, und da dachte sie, daß der Schmerz, den sie empfand, wohl das Messer des lieben Gottes gewesen sein könnte, der nun an ihr herumschnitze, um die Heilige aus ihr zu machen, von der der Kurat gesagt hatte. Aber warum sollte sie denn eine Heilige werden? Sie wäre lieber eine glückliche Frau gewesen. Und das wäre so leicht gegangen, und dazu hätte der liebe Gott auch gar nichts an ihr zu schnitzeln gebraucht. Dazu wäre sie schon recht gewesen, so wie sie war. So grollte sie und bäumte sich auf gegen das Messer Gottes. »Ich erhebe, wenn ihr Kontakt schnitzelt.«